Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen täglich Tobra. Ich nehme euch heute einfach mal wieder mit. Wir gehen jetzt meine Karre waschen und wir sehen uns später. Tschüss. Yo Leute, so, willkommen an der Autowaschanlage des Vertrauens. Ich stehe natürlich wieder nur dumm rum und halte die Kamera und filme. Aber kennt man ja, seit 15 Jahren, seit 1983. Jetzt werde ich hier mit dem Kabel erschlagen. Aber es ist ja gut, wenn man einen besten Freund hat, der das alles für einen macht. Und der das auch schon oft gemacht hat, sich da ein bisschen auskennt, der weiß, auf was kommt's an, dies, das. Und ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal. Tschüss. Yo Leute, so, während mein bester Freund mein Auto putzt, mache ich natürlich saure Päuschen, so wie es sich gehört, seit 15 Jahren, seit 1983. In dem Sinne, bis später. Tschüss. Yo Leute, so. Ich gehe jetzt mein Dad abholen vom Bahnhof, denn der kommt mal wieder etwas später nach Hause. Fährt kein Bus mehr in dieses Café, wo wir wohnen. Und dann sagt er immer, wisst ihr ja, entweder Auto abstellen oder abholen. Und heute habe ich mal gesagt, komm, ich hole dich wieder ab. Und er hat dann gleich gesagt, ja, bitte pünktlich. Weil ich letztens, da hat er mir, glaube ich, um kurz vor halb zehn geschrieben gehabt. Und hat gemeint, ja, ich bin um zehn da. Und ich so, alles klar. Und dann bin ich zehn Minuten später eingepennt und zwanzig nach zehn wieder aufgewacht. Und schon drei Anrufe, zwei Nachrichten, so, oh bleibst du, ich warte hier schon 20 Minuten, komm jetzt endlich mal. Ja, das reibt er mir jetzt gerade ständig unter die Nase, aber schon okay. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Yo Leute, so. Ich werde jetzt noch ein kleines Video für euch für morgen aufnehmen. Und wir sehen uns dann nach der Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Yo Leute, so, die Aufnahme wäre geschafft. Es ist ein Minecraft-Video geworden. Und ich bin jetzt gerade schon mitten im Schnitt drin. Ich mache das ja eigentlich immer relativ zügig. Ja, ich schneide jetzt noch das Video fertig. Melde mich danach dann nochmal bei euch. Bis gleich. Leute, so, willkommen im nächsten Tag vom Video. Ja, ihr könnt es ja schon erraten, ich habe gestern nach dem Schneiden nichts mehr gefilmt. Ich bin auch relativ schnell ins Bett dann, da ich heute zur Vorlesung muss. Und zwar haben wir das Thema, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, aber habe ich schon wieder vergessen. Buchhaltung. Also es hat was mit Buchhaltung zu tun. Businessplan-Buchhaltung. So steht es im Terminkalender. So, jetzt, genau. Und da haben wir heute Vorlesung, 12 bis 17 Uhr. Danach machen wir noch was für dieses Bachelor-Gruppenprojekt. Aber ihr seht das ja dann alles. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Yo Leute, so, wir sind in Stugeboogie-Benz-Town. Mal gucken, was uns in der Vorlesung so alles erwartet. Wir sehen uns später. Tschüss. Yo Leute, so, wir hatten jetzt gerade die große Mittagspause von der Vorlesung. Naja, und die Vorlesung ist, ja, ja, es geht. Es ist halt ziemlich viel BWL und, ähm... Schon in Ordnung auf jeden Fall. Ja, es geht. Man muss sich halt damit anfreunden können mit BWL, aber das habe ich noch nie so wirklich können. Und deswegen ist halt gerade ein bisschen, ja... Aber man wird es überleben, ne? Und in dem Sinne, sehen wir uns später. Tschüss. Yo Leute, so, ich mache gerade das Rauche-Bäuschen. Ihr wisst ja, muss in jedes Video von mir rein. Außer in die Gaming-Videos. Wäre so ein bisschen schwachsinnig. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade mit dem Niklas am Ausarbeiten des Drehbuchs für das Pitch-Video. Denn wir möchten ein Vorstellungsvideo für unseren Film drehen, um Crowdfunding ins Leben zu rufen. Äh, ja, und da sind wir gerade dabei, das Drehbuch aufzulösen. Also zu besprechen, wie wir was wie wo drehen. Und, äh, ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Und dann sehen wir uns später. Tschüss. Yo Leute, so, ja, ich bin jetzt gerade, wie man, denke ich mal, unschwer erkennen kann, auf dem Heimweg. Ähm, ja, wir haben soweit alles besprochen, alle Szenen soweit auch geplant. Nächste Woche wird dann das Pitch-Video gedreht. Und wird wahrscheinlich dann so in zwei, drei Wochen fertig sein. Ich denke mal, äh, so auf YouTube oder so werdet ihr es wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht. Ne, ich glaube, man muss es entweder über Vimeo oder YouTube hochladen und dann auf dieser Crowdfunding-Seite einbetten. Also werdet ihr es eventuell doch sehen. Mal gucken. Äh, ja, wie gesagt, jetzt bin ich auf dem Heimweg. Äh, ich brauche noch so wahrscheinlich fünf Minuten oder so. Ähm, ja, und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt, ne. Und in dem Sinne sehen wir uns später. Tschüss. Ja, Leute, so, äh, wir waren jetzt wieder beim Dönermann des Vertrauens. Äh, wie schon im letzten Video, wo ich über ihn geredet habe, äh, erwähnt, war wieder super. Echt lecker. Ähm, ja, und wir gehen jetzt bezahlen und dann sehen wir uns später nochmal. Tschüss. Ja, Leute, so, willkommen zum nächsten Part im Video. Ich versuche mal ein bisschen was mit Effekten. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade mit dem Quantum, äh, noch ein bisschen was aufgenommen für morgen. Äh, das werde ich jetzt noch schneiden. Aber ich würde sagen, wir beenden das Video hier an dieser Stelle. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet, wenn es euch gefallen hat. Und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, haut rein. Fuuuau.